Sonntagmorgen in Barleben und es ist Wahlsonntag. Im Wahlraum im Gemeindesaal in der Mittellanteile, einer von fünf in der Einheitsgemeinde, herrscht großer Andrang. Das liegt nicht an einer beispielgebenden Wahlbeteiligung, am Ende werden es etwa 50% sein, sondern diesmal ist das Prozedere besonders aufwendig. Jeder Wahlberechtigte soll vier Stimmzettel mit insgesamt 272 Kandidaten ausfüllen und darauf konnte man zehn Stimmen verteilen. Eine für die Europawahl und je drei für den Kreistag, den Gemeinderat und den Ortschaftsrat. Also gut zu tun, auch für die allerjüngsten Wahlhelfer. Es ist 18 Uhr, das Wahllokal ist geschlossen. Nach einem langen Arbeitstag begann die Auszählung der Stimmen. Über die großen Verluste der Volksparteien und die Auswirkungen auf das Europaparlament haben die Vollprogramme ausführlich berichtet. Wir konzentrieren uns auf unseren Landkreis und die Einheitsgemeinde Barleben. Für den Kreistag ist die CDU mit Abstand stärkste politische Kraft. Die AfD verdrängt die SPD vom zweiten Platz. Die Linken, die FDP und die Grünen sind ebenfalls im Kreistag vertreten und zählt man mögliche Koalitionen zusammen, wird politische Arbeit im Kreis nicht leichter. Das gleiche gilt für den Gemeinderat in Barleben. Die CDU bleibt stärkste Kraft. Eine Mehrheit wird sich der Bürgermeister aber von Fall zu Fall suchen müssen. Im Ortschaftsrat Barleben zieht mich das gleiche Bild. Fast alle politischen Kräfte sind hier vertreten. Etwas übersichtlicher wird sich der Ortschaftsrat in Ebendorf konstituieren. Hier hat die CDU eine Mehrheit und in Meizendorf teilen sich die neuen Sitze im Ortschaftsrat zwischen vier Parteien auf. Als durchaus positiv zu bewerten ist, dass im Gegensatz zum Landkreis in der Einheitsgemeinde Barleben die AfD in keinem Gremium vertreten ist. Werft Untertitelung des ZDF, 2020